Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, ich bin Lady Knight und ich möchte mit euch diesmal was ganz anderes ausprobieren, denn wie ihr schon lesen konntet, handelt es sich hierbei um Asterix und Obelix und das ist ein Jump'n'Run. Ein Genre also, was ich bisher auf dem Kanal gar nicht gezeigt habe, liegt hauptsächlich daran, dass ich nicht besonders viel Erfahrung damit habe und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht so gut sein werde. Also ich habe wirklich, ich weiß nicht, ich glaube ich kann die Jump'n'Runs, die ich gespielt habe in meinem Leben an zwei Händen abzählen und die, die ich durchgespielt habe davon, sind noch weniger. Also meine Erfahrung ist wirklich sehr, sehr begrenzt. Ich werde jetzt an der Stelle schon mal Deutsch auswählen, dann kommt noch so ein kleines Intro und dann werde ich einfach noch ein paar Sachen sagen. 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besitzt. Ganz Gallien? Nein. Ein kleines, von unbeugsamen Gallien bevölkertes Dorf leistet dem Eindringling immer noch Widerstand. Um sie gefangen zu halten, hat Cäsar eine riesige Palisade um das Dorf errichten lassen. Asterix und Obelix beschließen, Cäsar zu zeigen, dass nichts und niemand sie aufhalten kann. Sie werden durch das Römische Reich reisen und aus jedem Land ein Andenken mitbringen. Da wissen wir jetzt also schon etwa, was wir so zu tun haben werden. Aber wie bin ich jetzt überhaupt auf die Idee gekommen, ja das Spiel zu Let's Playen? Ich bin beim Aufräumen tatsächlich auf einige Schätze meiner Kindheit gestoßen. Unter anderem eben auch Asterix und Obelix. Ich habe das früher immer zusammen mit meinem besten Kumpel gespielt. Das ist auch ein, ja ich sag mal, ein Vorteil dieses Spiels. Man kann es im Koop-Modus spielen und man muss nicht gegeneinander antreten, sondern kann es versuchen gemeinsam zu schaffen. Das ist uns leider nicht gelungen. Also wir haben es weder zu zweit noch habe ich das alleine irgendwie mal geschafft durchzuspielen. Und ich kann jetzt auch gar nicht sagen, wie weit wir gekommen sind. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann es ändert und wie es endet und wo es endet. Dementsprechend lässt sich das jetzt ein bisschen schwer einschätzen, wie lang das Spiel letztlich wirklich ist. Aber ich habe mir jetzt auf jeden Fall gedacht, da das Spiel ungeschlagen ist, wird es also Zeit, das Ganze jetzt nochmal anzugehen und ja diesen Umstand zu ändern. Und deshalb mache ich das jetzt einfach mal. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier in die Option gehen, denn da gibt es noch so ein paar Sachen, die ich gerne einstellen würde. Zum einen der Schwierigkeitsgrad. Wird vielleicht viele verwundern, aber ich werde das Ganze auf schwer spielen. Ich habe zwar gerade gesagt, ich habe keine Erfahrung mit Jump'n'Runs oder nur sehr wenig Erfahrung. Ist auch richtig, aber wenn ich es jetzt schon mal spiele, dann möchte ich die Herausforderung doch so anspruchsvoll wie möglich machen. Das kann jetzt aber auch hier der Punkt sein, der mir das Genick brechen wird. Also möchte ich jetzt nicht irgendwie dran zweifeln, dass es könnte das Ganze ein bisschen in die Länge ziehen. Aber ich möchte es doch, dass das Ganze auch eine gewisse Herausforderung wird. Ich kann auch nicht mal sagen, wie schwer das Spiel eigentlich ist als Jump'n'Runs. Also ich wirklich kann das ganz, ganz schlecht sagen. Da muss ich mich so ein bisschen auf eure Einschätzung verlassen. Dann werden wir als erstes mit Asta spielen. Das hat jetzt eigentlich keinen speziellen Grund. Ich würde einfach nur gern mit ihm beginnen. Sobald ich Game Over gehe, was zwangsweise irgendwann der Fall sein wird, werden wir zu Obelix wechseln und dann mit Obelix bis zum nächsten Game Over spielen und dann halt wieder zurück zu Asterix, sodass wir da einen gewissen Wechsel drin haben. Ich kann mich wie gesagt jetzt nicht erinnern, dass die beiden sich irgendwie großartig unterscheiden vom Gameplay. Klar optisch schon, aber ich glaube Gameplay technisch spielen die sich eigentlich gleich. Aber das werden wir dann auch sehen. Und wie man hier sieht, kann man Passwörter eingeben. Nach bestimmten Abschnitten im Spiel werden Passwörter gesammelt und die werde ich auch benutzen. Also das ist ja eine Option, die praktisch das Spiel mir gibt und das werde ich auch verwenden. Also wenn ich Game Over gehe und schon ein Passwort habe, werde ich auch ein Passwort wieder starten und nicht wieder von vorne beginnen. Wir wollen ja dann doch irgendwie die Chance haben, mal fertig zu werden mit diesem Projekt. Also Passwörter werde ich auf jeden Fall nutzen. Das ist vielleicht auch ganz interessant in dem Zusammenhang, dass das jetzt hier nicht meine PC-Version ist. Also ich hatte früher die PC-Version, habe die auch immer noch. Aber bei der Installation gab es dann doch ein paar Schwierigkeiten. Muss aber auch zugeben, dass ich mich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt habe, weil ich also eine zweite Version in der Rückhand habe. Und zwar die SNES-Version. Ich habe ein SNES und auch das Spiel dafür. Ich hatte sogar eine Capture Card. Trotzdem ist das jetzt hier ein... Also läuft das Ganze jetzt praktisch über einen Emulator. Hat einfach den Grund, dass der... Ja, dass das Videosignal, was ich über die Capture Card bekommen habe, also optisch wirklich so bescheiden ist, dass ich mir dann doch gedacht habe, das möchte ich jetzt eigentlich doch nicht so verwenden. Dementsprechend bin ich jetzt auf den Emulator gewechselt. Ich benutze trotzdem einen Retro-Controller, der dem SNES-Gamepad nachempfunden ist. Der funktioniert eigentlich so ganz gut. Also den habe ich jetzt schon eine Weile und verwende den auch regelmäßig. Und der funktioniert echt gut. Also mein Feeling, mein spielerisches Feeling kommt dem am SNES so nah, wie es jetzt eben geht. Ich denke, ich werde mir vielleicht mein RGB-Kabel besorgen, damit ich direkt von der Konsole capturen kann. Das ist dann doch noch mal ein bisschen was anderes. Aber ja, in der Mangelung dessen bleiben wir jetzt erstmal beim Emulator. Ich werde aber keine Komfortfunktion des Emulators verwenden. Also Safestates oder ähnliches sind raus. Ich habe gerade gesagt, Passwörter verwende ich, weil das ist eine Funktion, die das Spiel mit sich bringt. Aber ich werde keine Safestates setzen irgendwo. Auch wenn es halt schwierig wird und wenn ich dann wieder im Ober gehe, dann ist es halt so. Dann müssen wir da jetzt durch. Ansonsten habe ich jetzt auch keine optischen Verbesserungen, also Verbesserungen so in Anführungsstrichen mal, jetzt hier drüber gelegt. Ich mag die Pixel-Optik und möchte auch, dass das so schön pixellig bleibt. Deshalb also auch hier keine Veränderung. Das heißt, es ist eigentlich schon dem Originalgefühl wirklich sehr, sehr nah. Klar, mir ist bisher auch keine, oder es sind bisher keine Unterschiede zwischen der PC-Version und der SNES-Version aufgefallen. Wie gesagt, eigentlich kenne ich eher die PC-Version. Den SNES hatte ich erst deutlich später. Aber wenn mir da jetzt irgendwas auffallen sollte im Spiel, kann ich das ja nochmal dann sagen. Aber ich glaube, die Versionen sind eigentlich wirklich identisch. Da gibt es keine Unterschiede. Dann vielleicht noch als letztes was zum Entwickler. Das war Infogramm, wie auch immer man die ausspricht, also ein französischer Entwickler, der das Ganze auch gepublisht hat. 1995, also das Spiel ist auch schon ein paar Jährchen alt. Ist glaube ich auch nur in Europa rausgekommen für den SNES und nicht in Japan oder den USA. Ich meine, klar ist auch eine französische Comic-Marke Asterix und Obelix. Aber es gab da also keine Portierung. Zumindest nicht, dass ich das jetzt wüsste. Und ich denke mal, ich wäre dann soweit. Wir können als nächstes ein neues Spiel wagen. Also bis dann. Tschüss! Tschüss!